Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeig ich euch mal den neuen Season Battle Pass Video. Banner Symbol, naja ok. Schwarzes Herzchen, Herzchen. Ist ok, und falls euch wundert meine Stimme? Ja, ich hab das ein Halsschmerzen. Ich hab den E-Boot aufgepasst. Oh ok. Die spänzliche Jägerin. Geisterblick. Fieber. Kittenfisch. Wer wird die Kippenwelt? Kippenwelt, ja nicht Kippenwelt. Was ein Kiffer und Sie. Enthalten, ich hab grad zustande im Gesetze. Oder erhalten. Boah, ich sag. Ist ok. Leute, der Fischling finde ich mega süß und nice. Ey, da war jetzt schon Skidcontest, aber die Roleplay, dann wird das geiles Koppelstück. Die Bugs sind immer gut. Boah, geht's. Na ja. Find ich nice. Leute, das ist sehr nice. Boah, Naruto Papa. Ist sehr nice. Und schon bisschen wieder Rutschung. Und so wird. Und so wird. Weiß nicht, klar. Das finde ich schon nice. Das finde ich schon nice. Ok. So. Schwarzherdchen. Ok. Herzchen. Gut geht. Der hat ne Insel. Der hat ne Insel. Wander so cool. Nice. Kann man gut schön Roleplay benutzen. Geht. Doch ey, ist mega nice. Der ist sehr nice. Wirklich, Leute. Sehr, sehr. Geiles Roleplay komplett. Weil. Freit. Da ja wenigstens gehabt. Klamm, Tee. Ok. Ist ok. Oh, der arme Fisch. Silber. Ein O-Pelz. Korswerkzeug. Ok. Auf Mission. Geht. So. Und der ist schon sehr nice. Da, was die Leute sind. Das. Muss man mal herausfinden. So. Joa. Ist nice. Gibt's Doppelpistolen? Ich glaube es sind jetzt schon. Die Band sind sind immer gut. Das erinnert mich an Kapitel 2, Season 5. Von Gladiator. Ist aber so ganz ok. Ey. Der Skin erinnert mich an Wieders. Allerdings diese Augen da. Aber ok. Geht. Ey. Sag ich jetzt. Da werden gleich sehr APs kommen. Tja. Einfach müde. Ey. Aber diese Kornfans kennt jeder diese. Ich finde es sehr nice. Der Skin Neu. Mild to Pink. Was ist das? Unicorn Flakes. Sehr nice. Der E-Bout kann man auch gut benutzen zum Rollplay. Ja. Ist ein bisschen weg und wichtig. Und das. Dieser E-Bout ist nicht mehr sehr nice. Das hier ist ok. Hatten wir schon mehrmals sowas. Ja. Aber ok. Nice. Ja. Weiß nicht. Ziemlich sehr nice. Das. Das schon wieder finde ich besser. Hier sieht es wieder. Hier sieht es wieder. Hier sieht es wieder. Leute. Monkey SU. Hat ein eigenes Ding Kapper. Ja. Das soll jetzt kein bleiben sein. Aber wie ich wusste es nicht. Sehr sehr nice. Cool. Ey. Legende. Mega. Nicht so nice. Super nice. Ja. Es ist schon nice. Doch. Obwohl. Ich weiß nicht. Ja. Hätte man es besser machen können. Das ist wohl nicht aus dem Weg. Schon richtig viele Affe haben. Aber das ist nice. 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 Und nice. Junge. Überras. Keine Ahnung was das ist. Ok. Schwerte finde ich immer nice eigentlich. Ok. Tobi. Ist das gegen Elsa oder was? Elsa hat ihn vor dem Weg bestellt. Oh. Schau. Ach. Schau. Schau. Woh. Woh. Wie ist das? Er ist bösewicht geworden. Er ist ein Eis König hinter bösewicht oder was? Was? Nein. 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 So nice. Wie ist das? Sugar. Mega. Nee. Farber ist nicht so neu. Affengeld. Für den Wolfgang der Stärken. die wenn die Bruder einfach und ich bin zu dir Das war's mit dem Video, zunächst mal schau, schau, tschau, lade.